Liebe Trader, es ist Mittwoch, der 6.9.2023. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch heute zu einem weiteren Teil unserer Serie Loro Option Trades. Diese Trades, die ich euch zeige, das sind eigene Trades und also keine Handlungsanweisung, selbst diesen Trades einzugehen und das dient vor allem der Schulung und nochmal Disclaimer-Hinweis. Also ohne, wenn man das macht, dann vielleicht auch als Paper-Trad und dann eben auch, wenn man es live tatsächlich macht, diese Trades dann eben auch auf eigene Verantwortung. Okay, dann gebe ich mal meinen Bildschirm frei, kleinen Moment. Okay, zunächst einmal, wie habe ich diesen Trades gefunden? Ich benutze hier meinen Loro-Scanner und mit diesem Loro-Scanner suche ich nach Übertreibung gemessen über dem RSI 2 und zwar, was habe ich hier vorgegeben? Ich sage einmal, okay, der soll unterhalb des Volatilitätsstopps liegen, also kleiner sein und der RSI soll am Vortag größer 90 sein. Der RSI 2, genauer gesagt, heute soll es eine Gegenbewegung nach unten gegeben haben. Hier hat er mehrere Werte gefunden, unter anderem Apple, Netflix und hier das Technologie-ITF, also der Nasdaq im weitesten Sinne doch relativ überkauft und wir gucken uns das zunächst einmal im Chart an. Also das hier, dieser Loro-Scanner ist eine eigene Software, die ich auch vertreibe, mit Java geschrieben. Wen das interessiert, kann mich natürlich auch gerne ansprechen. Schauen wir uns das im Chart an, gehe hier mal rüber auf Chart. So, das ist die Situation vom Nasdaq, das sieht aber ganz ähnlich aus, zu Netflix rüber geschaltet. Also wir sehen, vergrößern mal die Situation für uns. Also, er liegt unterhalb dieses Volatilitätsstopps, das ist diese blau gepunktete Linie hier. Und heute gibt es hier eine Gegenbewegung nach unten. Am Vortag war hier, wie wir hier sehen, rot oberhalb des RSI 2 90er Wertes. Heute, wie gesagt, gibt es eine Gegenbewegung. Die gab es auch schon mal hier an diesem Tag, aber jetzt mal relativ nah am Stopp. Und dieser Stopp hat dann eben auch den Vorteil, dass wenn man hier rausfliegt aus dem Tritt, dass man relativ wenig riskiert. Das werden wir uns gleich ansehen. Also, wo liegt der Stopp? Der liegt exakt hier bei, muss ich selber mal gucken, 3,606. Und gucken wir uns das Optionsprofil an. Da habe ich schon hier diese gestrichelte Linie. Das ist da, wo der Stopp liegt. Hier liegt der aktuelle Preis. Und die erste Standardabweichung geht etwa von hier bis hier. Ich habe Oktober, bezogen auf Oktober, Monthly, die habe ich auch ausgewählt. Und was habe ich hier gemacht? Ein Iron Condor und zwar mit der Dimension oben hin 4,90, 4,80, 93, 3,80. Die mittlere natürlich verkauft. Und dadurch entsteht halt hier ein relativ großes Plateau. Und eingezeichnet, welche Risiken habe ich da, wenn ich ausgestoppt werde nach oben, dann würde der beim Stopp, ziemlich nah am Stopp, etwa so 38 Dollar sein. Natürlich plus, minus natürlich. Klar, wenn das natürlich nach oben gapt, ist natürlich das Risiko auch höher. Da kann man durchaus auch mehr verlieren. Aber na gut, Netflix ist jetzt vielleicht auch relativ groß und nicht unbedingt jetzt so ein Übernahmekandidat. Dann, ja, nach unten hin lebt er natürlich eher vom, ja, vom Income, von der Zeit. Wir haben zur Zeit ein aktuelles Delta am Geld von minus 1,6. Das ist hier in der Mitte hier. Und das ist die Sync-or-Swim-Plattform, die ich benutze. Aber ihr könnt da natürlich auch gerne auch andere Optionsrechner verwenden. Okay, der Plan ist also, oben hin, wenn es ausgestoppt wird, zurück zum Chart, dann hat man hier ein geringes Risiko. Sollte sich aber Netflix doch noch ein wenig hier nach unten Richtung 400 bewegen, das ist so dieser Bereich, ne, bis, ja, sagen wir mal 400 etwa, ne, dann arbeitet halt die Zeit für ein. Wenn ich jetzt hier nochmal eine Woche weiter, eine gute Woche weiter schalte, zum Beispiel auch den Monthly September, da sehen wir, da wölbt sich das schon nach oben. Wir haben, ja, dann schon am Stopp, sind wir dann plus, minus und sind letztendlich im Bereich zwischen 400 und 460 sind wir dann letztendlich schon auf der, ja, Haben-Seite oder sagen wir mal auf, ja, Break-Even, im App-Break-Even-Bereich. So, und das ist halt der Tret, Laufzeit Oktober, Oktober sind aktuell 44 Days Till Expiration und, ja, interessanter Tret, wie gesagt, wichtig ist, ich gehe hier geringe Risiken ein. Gut, das ist jetzt immer nur für einen jetzt gemessen, man kann ja auch mehrere Stücke nehmen und, ja, es ist letztendlich ein sehr angenehmer Tret, wenn es denn aufgeht. Wir haben auch, wenn man jetzt so ein bisschen Chart-Analyse auch betreibt, ne, wir haben hier, ne, so eine, so eine, so eine, bei einer Kopf-Schulter-Formation, ne, also ich zeichne das nochmal, jetzt habe ich mein Zeichenwerkzeug leider dazu gemacht. Ok, also wo ist der Kopf hier, der Kopf hier bei den Earnings, hier haben wir eine Schulter, da haben wir eine Schulter, ne, also das muss nichts heißen unbedingt, aber es könnte ja durchaus hier, wenn es letztendlich tatsächlich Korrekturen gibt im, ja, in Netflix beziehungsweise in den Nasdaq-Werten, dann könnte dieser Tret interessant sein. Ok, dann, ja, wenn euch der Tret gefallen hat, die Idee gefallen hat, hinterlässt gerne ein Like und noch besser natürlich ein Subscribe, ne, würde ich mich drüber freuen und sonst macht es gut, habt erfolgreiche Tret und Gruß aus der Karibik. Ciao.